Da ist ein Baum gespawnt. Da ist ein Baum gespawnt. Gespawnt. Tschüss. Verdammt. Bitte runtergefallen. Wieso hat das Wasser denn jetzt aufgenommen? Wieso lässt sich denn nicht da? Ja. Ähm. Achso, damit es nicht runterfällt. Damit wir nicht runterfallen. Genau. Nicht wieso. Doch, wir auch nicht. Es klingt eher wirklich an uns. Dass wir nicht runterfallen. Hast du die Pico... Wo hast denn die Pico hin? Die hab ich mit runtergefallen. Die hast du mit runtergefallen? Ja, die ist mit mir runtergefallen. Und ich find grad unseren Baum nicht mehr. Verdammter Blödsinn. Ich hab ihn doch markiert. Ocelot. Da war ein Ocelot. Ja. Otsch. Nicht wegrennen, Ocelot. Ich will dir doch nur die Fell... Ich will dir doch nur das Fell über die Ohren ziehen. Ja, ist doch schön, oder? Ocelot, Ocelot, Ocelot. Das ist ein Ocelot. Das ist ein Ocelot auf unserer Plattform. Das ist ein Ocelot. Das ist ein Ocelot. Das sind doch ziemlich ziemlich ziemlich. Es waren doch die falschen Bäume. Es war doch der falsche... Ach... Mann. Kann ich eigentlich. Frag ich mich auch manchmal. Oh... Schweinerei, sowas. It's right. Yeah. Und wer gewinnt? Ja, ich. Das wäre doof ein Gedanke. Aber haut's aus, sie sind doof. Das mit dem Gedanken ist relativ irrelevant. Was? Irrelevant? Irrelevant. Irrelevant. Hör mal zu, lern mal Deutsch. Alter. Alter. Okay. Alles klar. Alter. Direkt grammatikalisch heißt das Alte. Hm. So, jetzt haben wir noch irgendwo noch dieses blöde... Ich habe einen Bound. Soll ich mal den Bound verwenden, um das Weed-Crown zu lassen? Ach. Wir haben doch nur ein einziges. Das bringt doch nicht sehr viel. Was? Ich bin gerade am Weed sammeln. Äh, also am Samen sammeln. Ich habe schon acht Stück. Ja, und irgendjemand sollte dann auch nochmal Dirt abba... äh, nicht Dirt, äh, Holz... ...farmen. Ja, mache ich ja auch mal. Aber erst mal sammeln ich Samen. Und bis ich Samen fertig gesammelt habe, ist es schon Nacht. Und dann muss ich in mein Haierbettchen. Ich lasse jetzt mal alles Unwichtige da und... Ne, nur die... Nur die wichtigen Dinge mit. Genau. Ich nehme das mit, das werfen ist, wenn ich es verliere. Ja, wenn ich zum Beispiel in den Dara Schwamm gehe oder so. Und da war schön zu gehen, ist doch eine tolle Sache. Ist schön warm. Es wärmt von innen, würde ich sagen. Da gibt es kein innen mehr, was zu wärmen ist. Ja, eben deswegen wärmt es schön von innen. Das kribbelt so auf der Haut. Dann kommst du zurück so als Zombie so. Rrrrrr. Ja, oder so. So ähnlich, ja. Kann man schon durchaus sagen. Das geht aber nur mit diesen Special Tays so. Rrrrrrrr. Mhm. Ist genauso. Rrrrrr. Rrrrrr. So, jetzt tun wir mal meine... Meine... Gravel-Theorie bestätigen, dass hinter Gravel immer irgendwas Wichtiges steckt. Obwohl, fängst du wieder an Gravel abzubauen. Ja, Gravel. Du weißt, dass du da oben kein Gravel brauten. Ja, aber bei Misa sieht Gravel irgendwie schrecklich aus. Ich weiß eh nicht, warum du das Texture Packet getauscht hast. Ich könnte dir auch so sagen, dass es Gold ist. Du weißt. Das wäre realitätsgetreu, würde ich sagen. Ja, wenn ich einen Zombie treffen würde, würde er bestimmt so klingen. Ich habe mich verlaufen, hier sind überall Bäume. Scheiß Urwald. Mann, ist das spannend. Ich bock Travel Up. Ja, juhu. Okay, Theorie. Auf dieser Seite ist viel geschlagen. Hast du dich noch nie mit einem Zombie unterhalten? Nee, im Normalfall nicht. Echt nicht? Nee, leider noch nicht. Ich schütte leider noch nicht die Freude. iPad nicht. Von einem. Zombie begrüßt werden. Der Zombie, den ich im Netz gesehen habe, das war Fred. Fred der Zombie. Ja, das ist ein sehr böser Name, Fred. Fred der Zombie Apokalypse. Was? Wollte ich einfach mal gesagt haben. Ich finde da... Da ist die ganze Ocelot-Familie. Aber es ist kein Baby Ocelot dabei. Baby Ocelot sind so süß. So süß wie das Katzenbaby, was wir in den letzten Simon. Stimmt? Das Katzenbaby war auch voll süß. Jep, das stimmt durchaus. So. Ich habe schon ganz 21 Seats. Oh, ich bin so stolz damit. Ich gucke mal mal gerade was nach. So. Wir haben übrigens jetzt eine Stunde aufgenommen. Und ich dreh durch, ich finde... Ich weiß genau, ihr habt nicht mitgemacht. Das ist nicht okay. Probieren wir das nochmal. Oh, Eisen. Und jeder, der nicht bei meiner toll inszenierten Laola-Welle mitgemacht hat, und dem komme ich vorbei und... Sag ihm Hallo. Dann sag den Leiden mal Hallo. Hallo. So, wenn jetzt meine Spitzhecke aufgebraucht ist, dann war es das, glaube ich. Ja, die Kri ist vorbeigekommen und hat mir Hallo gesagt. Ich habe solch eine Angst. Ich finde euch. Bam. Badum. Bam. Du könntest mal Erde mitbringen. Das wäre mal ein netter Zug von dir. Möp, möp. Ach nee. Zug. Nein, das Holz ist runtergefallen. Nein. Ich schätze mich. Ich bin Auto. Schöter nicht. Ich bin Auto genommen. Ich bin Auto genommen. Ich bin memories. Ich bin Auto. Ich bin Auto genommen. Ich bin Leute weg. Ich bin mein hem. Ich bin auch nicht leer. Hallo! Wer ist Hallo? Hi! So, dann würde ich mal sagen, ist meine Schaufel nun aufgebraucht. Ich stelle mich jetzt hier noch in einen wunderschönen Ort und dann würde ich sagen, machen wir erstmal für heute Pause. Ich hoffe, euch hat es gewallen soweit. Ich sage mir hier nochmal alles ein, inklusive dem Eisen. Gewallen? Mir hat es total gewallen. Mir gewallt es auch total. Ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank für's